Grüß euch, ich bin's, der Depp. Seht ihr etwas an mir? Fällt euch etwas auf? Ich habe einen kleinen Deckel auf, keinen, den ich sonst auf habe, sondern einen kleinen, weil ich habe etwas da, das ist nicht so ganz legitim und da soll man mich halt nicht sofort erkennen und wenn ich einen Deckel auf habe, dann tut das ich schon schwer mich zu erkennen. Ich bin nicht blöd, weil ich habe heute geschickt, das ist ja verboten, das gefahren tut, aber das scheiß Haus war voll, das muss raus, das Sauzeug, also habe ich geschickt und damit sie mich nicht erkennen tut, auf einem Bulldog, habe ich einen kleinen Deckel aufgezogen. Schauen wir mal, ob die mich erwischen. Jetzt habe ich noch kurz was euch zu sagen, weil ich habe im Radio gehört, es kommen neue Geldscheine auf den Markt und jetzt machen die sich da Gedanken, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was die sich da Gedanken machen um das Geld. Mir, mir ist das sowas von Wurscht. Ich brauche kein Geld, verstehst du? Ich weiß nicht, was sie für ein Geschiss machen. Wenn ich zum Bäck gehe, lasse ich anschreiben und wenn ich auf der Gastwirtschaft eine Bierle bestelle, dann sage ich, du machst einen Strich an den Deckel. Für was brauche ich ein Geld? Verstehst du? Es muss nicht alles zu kompliziert gemacht werden. Für was braucht man eine Notenbank? Ich brauche keine. Also, ich bin der Depp und da bin ich daheim. Egal, ich bin der Depp und da bin ich hinterher. Also, ich bin der Depp und da bin ich